Es sind doch noch viele wach, Dicke. Ja, ich dachte eigentlich Alpen jetzt. Wie spät ist es? Um 23 Uhr. Ich dachte so Mittwochabend, Dicke, weißt du? Das ist so viel, ja, für 23 Uhr. Ja, find ich auch. Das sind 70, Dicke. 70 Leute für so 23, 20 Uhr. Und seid ihr in der Schweiz? Ja, man. Leider nur noch bis morgen. Aber morgen fangen wir wieder nach Hause, Dicke. Aber heute, wir waren in den Bergen, Dicke. Mies im Schnee und so. Einer sagt, er hat noch ein Abi. Viel Glück, Bruder, ja. Ja, oder? Gibt doch einen Joke in Cash-Livestream, Dicke. Das ist der ganz falsche Einfluss. Ja, geh aus den Leistungen raus, Dicke, wirklich. Lern etwas. Hey, Jason, Bruder, was geht ab? Ich schick Teenage Wasteland nicht, Dicke. Ja, ich hab eben gesagt, ich werde die alten Songs, nach denen immer alle fragen, bald auf Soundcloud hochladen, ja. Nicht mehr Spotify. Spotify werden nicht mehr kommen, aber ich werde sie auf Soundcloud veröffentlichen. Auf jeden Fall. Ich mach's, Bruder. Okay, ich geh jetzt rein, Dicke, in den Songteasern, ja, Dicke. Brauchst du noch so? Ja, ich komm durch. Wir sind im Endsohn-Studio, ja. Guck dich das Studio an, Dicke. Was? Sag mal, alle. Mit Endsohn, Bruder. Nein. Ich bin live. Lass den Songteasern, Bruder. Feature. So. Hast du laufen lassen? Was? Hast du den laufen lassen, Dicke? Ja, Mann. Ja. Nie gehst du, Dicke. Wie. Willkommen in der In-Zone. 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 Willkommen in der In-Zone.